Hallo und herzlich willkommen zurück, mal wieder, nach langer Zeit, eine Runde Hardline und ich bin gerade mit dem Headhunter auf einem 2 Slots Server, um ein bisschen zu trollen. Äh, und was finde ich? Alles geil, ne Couch, wo mit nem Partner. Ist bestimmt jetzt irgendwie, bestimmt nix neues oder so. Einfach so, YOLO, random, auf der Couch gefunden. Äh, auf der Map gefunden. Ach, ach. Genau, damit fahren. Nö. Äh, ich bin einfach ganz normal hier oben irgendwo zum Haus gefahren. Weil ich mir eigentlich hier die, 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 äh, das Wäppchen hier holen wollte, aus dem Haus. Die schöne... Demont. Und was finde ich? Als ich dann von dort oben, von A... Hier, was kommt? Komm auf! Wo stand die Couch? Ungefähr... So. Naja, ein bisschen weiter vorne. Das war verdient. Naja, mal wieder in dieser Eck. Irgendwann jetzt, äh, in den nächsten paar Minuten wird das dann hochgeladen. Oder vielleicht auch morgen, äh, über Nacht wird das dann hochgeladen. Und, äh, wenn Headhunter Bock hat, kommen nachher nochmal ein paar Runden aus dem normalen Multiplayer. Und, ja, versuche jetzt auch wieder ein bisschen aktiver Videos zu machen. Das habe ich öfter schon gesagt, aber diesmal versuche ich's. Ich erinnere Ihnen, keine Sorge. Ja, schon schon. Das war außerdem mein 400 Abonnenten Special, würde ich mal so sagen. Nein, da kommt noch was Schönes, glaube ich. Nein, da kommt noch was Besseres. Aber ich bedanke mich trotzdem schonmal für die 400 Abonnenten. Ähm... 400 Abonnenten, ey. Letztens war's 300, ey. Und jetzt 400, ey. Das geht steil! Ich geh steil bergab! Wir wollen bergab. Äh... Los, rein da! Ja, dann würde ich mal sagen. In diesem wunderschönen Domo. Beende ich jetzt die Aufnahme und sag... Tschüss! Bis zur nächsten Folge!